Herzlich willkommen zur Digitalisierung mit Analytics 101. Mein Name ist Dirk Rieber und heute geht es mal wieder um Erweiterungen. Cognos Analytics Erweiterungen. Und zwar genau um KPI Visualisierung. Was das ist, wo ihr es bekommt, welchen Nutzen ihr daraus habt, alles jetzt sofort. Los geht's. Bekommen könnt ihr die Erweiterung im IBM Data & AI Accelerator. Link in der Beschreibung. Im Suchfeld KPI Visualisierung eingeben. Dann bekommt ihr eine Kachel. Auf die klicken. Anschließend den Download-Button klicken. Dann wird ein kleines ZIP-File runtergeladen, das als nächstes in Cognos Analytics importiert wird. Wie? Zunächst auf das Hamburger Menü klicken. Neu in 11.2. Dann auf Verwalten. Danach auf Anpassung. In der Anpassung auf das Tab Erweiterungen und dann den Upload-Button klicken. Als letztes die gewünschte Erweiterung auswählen und öffnen. Danach habt ihr die Erweiterung in Cognos Analytics verfügbar. Was sind die Vorteile? So sieht ein KPI Visualisierung vorher aus. Also die KPIs sind in der Farbe eingefärbt, je nachdem grün oder rot, ob ein Grenzwert über- oder unterschritten wird. Die Größe ist nicht einstellbar, sondern wird automatisch gewählt und der Font auch. Nach der Einspielung der Erweiterung habt ihr mehr Kontrollmöglichkeiten. Ihr könnt die Farbe, den Font und die Fontgröße selbst festlegen. Wie? Schauen wir uns jetzt mal live an. Ihr seht hier eine umgestellte Visualisierung und die drei alten KPI Visualisierungen. Also die Kennzahl ist in der Farbe des Indikators, grün oder rot. Wenn ich das konsistenter machen möchte, kann ich in Bearbeitungsmodus auf den KPI klicken, dann auf Textstil und dort könnt ihr jetzt die Schriftgröße wählen. Die Farbe und Ausrichtung und so weiter. Wie ihr seht, deutlich sympathischeres Design im Vergleich zu vorher. Ich hoffe es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.